Das haben wir alles in Peru auf diesem wunderschönen Kunstmarkt für unter 70 Euro bekommen. Einen für diese Region warmhaltenden und typischen Poncho. Eine Decke aus Alpaka- und Baumwolle-Mix mit wunderschönem Muster. Eine zweite Decke mit noch größerem Alpaka-Wollanteil, die dadurch noch wärmer hält und bei uns in Deutschland um die 100 Euro wahrscheinlich kosten würde. Und diesen wunderschönen traditionellen Schmuck, den man sowohl als Armand als auch als Kette verwenden kann.